hallo ihr jagd piepen und herzlich willkommen zurück zu gefunden und die schildkröten habe ich habe jetzt kasus gefunden so wie ja wir wie kasus holen wir jetzt brieftasche ich habe nämlich in der letzten folge beschlossen wir tun unser arsenal erstmal komplett aufrüsten also jede bei jedem das maximale was möglich wäre irgendwas habe ich jetzt gehört da sniper raus so geiler federn flug uah ruckel so ein mal kasus ne nix kasus was lese ich da kasuar scheiß drauf oh starke brichttasche haihaut natürlich lass uns doch einfach mal ein hai erledigen gut dass wir hier mitten auf dem meer in außenposten haben da gehen wir schnell mal hin haben wir wieder zu trinken geleckt ich bin so ein vollpfosten ich bin einfach ein aufnahme gott ich bin könig so ich würde mich gerne da oben auf die lauer legen so und wir brauchen einen ein hai ich renne mal da auf den felsen wenn ich da hin kann ah von hier nein kann ich von hier unten irgendwo ein hai sehen nein nein oh hier sind doch haie oder ja auf der anderen seite ah ja am strand schön hier liegen mit der freundin ach das wäre toll ah da ist schon einer kopfschuss so nicht zu tief sinken bitte ich bin nicht auf dein niveau ja komm heute doch hä so next please da super hi haut so starke brieftasche machen wir. So, erweiterte Brieftasche. Was brauchen wir da? Feldes ein. Was? Feldes Einhorns. Ich glaube... Ich weiß sogar, wo wir das herbekommen. Lasst mich kurz schauen. Ich glaube, hier sogar. Ich glaube, da bekommen wir unser Einhorn. Würde mich mal interessieren, ob auch, wenn man jetzt die Missionen halt nicht macht, ob das einfach mal so auftritt, dass mal so ein Einhorn über die Straße rennt. Ich vermute es eher nicht, aber möglich wäre es. Das seltene Einhorn. Ich bin ein Gott. Was ist da? Also, Vogel. 300 Meter da hinten. Bestimmt auch mit Pfeil und Bogen müssen wir das gute Stück leider erledigen. Ich würde es gerne kurz und schnell im März losmachen. Mit dem Pfeil tut es doch nur weh. Das arme Tier. Egal, Hauptsache, Geld. Geld. Was ist das hier? Tempel. Ne, jetzt haben wir schon wieder Wauwaus. Na, Tarp hier. Oh, Jason. Ah, was eine Berg- und Talfahrt. Läuft bei mir. Na, sowas da. Der zeltet ja jemand. Ach, klauen wir dem einfach den Bogen. Unter uns muss irgendwie eine gigantische Höhle sein. Ach man, ich muss die Schrotflünste nehmen, wa? Gut. Ja. Jagt das seltenen Büffel ein Horns. Da bin ich mal gespannt. Und das muss man ja doch irgendwie erkennen können, oder? Das können... Das hat schon nur ein Horn. Wer sitzt das? Ich geh mal davon aus. Komm, guck mal hoch. Was hält das Vieh aus? Ah! Danke. Das ist doch kein Einhorn. Das ist ein normales Büffel, wo das Horn abgesägt wird. Schiebung! Einhorn. Ich dachte jetzt wirklich, so ein weißes Pferd Einhorn. So. Herstellung. Jetzt kann ich mir die Brieftasche machen. Brieftasche, Brieftasche, Brieftasche. Jawohl. Jawohl. So. Next Beach. Zurück. Brieftaschen. Alle verwendet. Waffengurt. Alle verwendet. Beuterrucksächer. Beuterrucksäcke. Die sind recht wichtig. Starker. Dingoes. Dingo, Dingo, Dingo. Wir brauchen Dingo. Und das machen wir nicht in der nächsten Folge. Ich hab noch Zeit. So. Ein Dingo. Dingo. Wo haben wir denn? Wo haben wir? Wo haben wir? Wo haben wir? Da haben wir die Beeren. Da haben wir irgendwelche Kaukasus. Da haben wir. Direkt bei den Rakiert. Ich glaube, ich hol mir mal Muni. Und geh dann in das Lager. Mach die erstmal platt. Und dann... Passt ja schon. Toll. Gut. Dann halt keine Muni. So. Kleinen Moment. So. Francesco. Ich bin echt gespannt, was die bei Far Cry 4 machen. Bin ich echt gespannt. Far Cry 4 mag ich. Glaube ich. Hoffentlich. Far Cry Blood Dragon werde ich auch spielen. Allerdings privat. Jetzt nicht öffentlich. Aber ich werde vielleicht eine Review dazu verfassen. Ich glaube, ich muss hier hoch. Und da komme ich nicht hoch. Schon wieder das Handy. Jetzt kann ich die Maus nicht benutzen. Das ist gefährlich. Ich muss jetzt so laufen, weil ich jetzt gerade die Maus nicht benutzen kann. So. So. Jetzt kann ich. Hund. Fuck. Das war schon Dingo. Cool. So. Freundin hat geschrieben, da muss ich im Moment recht. Da muss ich rangehen. Guck mal, leid. Das ist sehr wichtig. So. Dingo. Da. Na. So. Drei. Äh. Zwei. Vier. Ups. Ich habe hier einen Zucken im Finger gehabt. So. Einen brauchen wir noch. Okay. Nochmal das Handy. Moment. Guckt. Dingo. Dingo. Komm, einer noch. Ruhe. Ha. Ist ja gut. Zeit, das Neue auszuprobieren. Oh, das ist geil. Läuft. So. Halt, ich habe jetzt nicht das Dingo-Fell aufgehoben, ne? Hier hat gebrannt. Da. Zack. Herstellung, Beuter-Rucksack. Wunderbar. Erweiter der Rucksack. Feld des unsterblichen Bären. Och, nein. Wie soll ich den denn bitte jagen, wenn der unsterblich ist? Motherfuckers. Ich mache da mal eine Aufnahme. Pause. Und wie viele Folgen habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Eins, zwei, vier Folgen habe ich gemacht. Das würde reisen. Nein, ich muss noch mal ran heute. Gut. Na. Der läuft nicht. Der läuft nicht. So. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich lasse den Bildschirm jetzt so. Ich gehe jetzt erstmal was essen und kurz zur Freundin und dann sehen wir uns wieder. Tschüss.